Führen Sie Gespräche virtuell per Video mit Ihrer Agentur für Arbeit oder Ihrem Jobcenter. Ganz flexibel und in vertrauter Umgebung. Das bietet viele Vorteile. Das Angebot ist für Sie freiwillig und kostenlos. Sie benötigen hierfür keine zusätzliche Software. Sie haben keine langen Anfahrtswege oder Wartezeiten und sparen Fahrtkosten. Gespräche können Sie ortsunabhängig auch von zu Hause aus wahrnehmen. Sie müssen keine extra Betreuung organisieren. Gesundheitsschutz für Sie und Ihre AnsprechpartnerInnen. Auch in besonderen Situationen. Für den Videotermin brauchen Sie eine stabile Internetverbindung sowie einen PC, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Zudem brauchen Sie Kamera und Mikrofon. Vor dem Termin erhalten Sie eine Einladungs-E-Mail mit einem persönlichen Link. Mit diesem Link können Sie zu jeder Zeit überprüfen, ob Ihre Endgeräte für den Videotermin einsatzbereit sind. Bitte testen Sie bereits vor Ihrem Videotermin, ob alles funktioniert. Wichtig! Sie müssen den Nutzungsbedingungen bzw. der Einwilligungserklärung und den Datenschutzbestimmungen zustimmen, sonst kann die Videoberatung nicht stattfinden. Damit auch alles reibungslos funktioniert, achten Sie auf eine ruhige Umgebung. Überprüfen Sie alle Geräte. Legen Sie Stift und Zettel bereit. Sobald Sie Ihren Videotermin über den Link aufgerufen und den Beratungsraum betreten haben, wird Ihre Ansprechpartnerin oder Ihr Ansprechpartner darüber informiert, dass Sie sich im virtuellen Wartebereich befinden und holt Sie dort ab. Dies erfolgt frühestens fünf Minuten vor dem Videotermin. Sie haben während des Videotermins verschiedene Möglichkeiten. Mikrofon ein- und ausschalten. Vollbildmodus, Chatfunktion, Bildschirmfreigabe und vieles mehr. Zum Schutz Ihrer Daten wird Ihre Ansprechpartnerin oder Ihr Ansprechpartner zu Beginn des Videotermins Ihre Identität prüfen. Die Aufzeichnung von Gesprächen ist beidseitig nicht gestattet. Eine Zustimmung der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen ist wie bei der persönlichen Beratung nicht erforderlich. Legen Sie oder Ihre Ansprechpartnerin Ihr Ansprechpartner auf, verlassen Sie automatisch den Beratungsraum. Wenn Sie technische Unterstützung für den Videotermin benötigen, können Sie sich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 4 55 55 01 Dienstwenden. Lust auf einen Videotermin? Gehen Sie einfach auf Ihre Agentur für Arbeit oder Ihr Jobcenter zu oder besuchen Sie uns online www.arbeitsagentur.de Erhalten Sie alle Informationen rund um das Thema Videotermin und testen Sie Ihre technischen Voraussetzungen. Wir würden uns freuen, Sie bald in einem Videotermin begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 –